Hey, das bringt's nichts. Okay, nur weil wir die Melodie nicht kennen, dürfen wir es auch gar nicht erst probieren. Okay, dann, ähm... Ehrlich gesagt, schicken wir Tess hier hin. Dann machen wir noch das andere vorher. Also das blaue. Dann machen wir das gelbe. Weil das blaue so schwierig sein muss. Zack. Dann soll's nicht unser Problem sein. Hey, komm wieder raus. Ah-haa, okay. Also da musst du wirklich als Teamer zusammenarbeiten. Damit du den da bekommst. Interessant, interessant. Und die Kiste, die ich auch noch gerne. Das ist die vierte. Das heißt, wir brauchen hier nur noch eine Kiste. Aha, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Was ist das denn hier? Ach, ich weiß genau, was wir hier brauchen. Oh nein. Werfen wir Bugs hier einfach mal durch... ...jeden Ring hindurch. Sorry, Bugs, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob man das so machen muss. Das ist schön, dass Bugs nicht so freut. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich wäre, wenn man mich die ganze Zeit durch die Gegend wirft. Aber okay. Dann hätten wir das schon. Dann haben wir alle ACMI-Kisten. Zeig mal her. Ja, haben wir alle. Sehr gut. Dann fehlt uns eine Person. Und noch circa 95 Zahnräder hier. Hier bekommst du auch schon wieder welche. Ich nehme 5. Also brauchen wir nur noch 90. Welche in einem Wert von 90 insgesamt. Korrigiere, es sind 80. Ich möchte nochmal korrigieren. 65 und... ...und 50. Aha, wir können doch da hoch. Wusste ich's doch. Wäre ja auch schon irgendwie zu schön gewesen. Wenn es nicht möglich gewesen wäre. Au. Piranha, Piranha. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass hier auch nichts ist. Sehr gut. Okay, dann müssen wir aber noch, äh... ...rüber. Und den ganzen Bums da nochmal machen. Denn... ...dort haben wir das ja nicht mitgenommen. Max wollte ja nicht. Also, gehen wir nochmal rüber. Machen wir den hier. Ein bisschen... ...bisschen abkürzen. Hallöchen. Bitte ignorier mich einfach. ...bisschen abkürzen. ...bisschen abkürzen. ...bisschen abkürzen. So. Machen wir es so einfach. Denn wie es scheint, dürfen wir das nochmal machen. Etwas ungeil, wenn ich ehrlich bin. ...bisschen abkürzen. Okay, wir müssen einfach nur... Okay, wir müssen einfach nur... ...kürzen wir nur nochmal hoch. So. ...bisschen abkürzen. 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 So, das ist der einzige, bei dem wir das noch nicht geschafft haben. Ja? Okay, wir können uns das auch selbst schön zusammen... ...boxen. Ehm... ...mr... ...seht ungeil... ...können wir hier hochgehen und dann? ...können wir hier hin? Ja, können wir. each of us, was ist hier los? Ja, haben wir den zweiten. Jetzt natürlich die Frage, was ist mit ihm ich denn hier? Kann, ist das, warte mal, ist das hier möglich, dass wir hier hoch springen, wir Tess hier hinschicken, Tess uns aufnimmt? Nein. Es ist nicht möglich, dass Tess uns irgendwie wegwirft. Oh, der sieht uns auch nicht. Ey, Freundchen. Ja, komm. Ich glaube, wir sind denn soweit egal. Wir laufen uns nicht hinterher. Hallo? Ich steh direkt neben dir. Danke. Okay, wir hier. Das reicht also noch nicht. So, oder? Dann könnten wir aber von hier... Wir könnten hier... Nein. Ah, ich glaube, man könnte es hier abkürzen, weil ich weiß echt nicht. Wie du was anderes machen willst. Weiß ich... Weiß ich wirklich nicht. So. Das wird ja irgendwas damit zu tun haben. Können wir von Tess dorthin geworfen werden? Warte mal. Kann Tess... Warte mal. Kann Tess... Das wäre ja so weird. Kann Tess... Auf Tess... Tess hier hinschicken? Wie... Mühr... Warte mal. Ich أو symmetric. auch nicht was wäre hier die lösung gewesen also an sich haben wir es so ist es nicht jetzt trotzdem noch mal gucken wo wir den ausgelassen haben ob das hier wirklich das war was ich denke ein fünfer aber ja jetzt komplett offen gelassen mal sehen und fünfer zahnrad fehlt uns ansonsten haben wir ja alles ist krass nur ein fünfer zahnrad kann es sein dass hier ein fünfer zahnrad noch ist hier ist nichts mehr ok allöchen piranha bin mir sicher du hättest sehr großes interesse an ich bin leider für diesen monat ausgebucht trotzdem vielen dank für die anfrage ich muss los